Fest etabliert ist Schlammbeißers Lahnlust als Kulturfest mittlerweile nicht mehr als Event wegzudenken. Auch in der 11. Auflage kamen wieder viele Besucher an die Lahn. Wie in jedem Jahr waren die am Fluss ansässigen Vereine und Verbände in das Fest eingebunden, darunter unter anderem die Rudergesellschaft 1877, der Ski- und Kano-Club, die DLRG, der Männerbadeverein, Kano-Tours oder auch der Marineverein sowie die Gastronomen. Entsprechend bevölkert war nicht nur das Ufer, sondern auch die Lahn selbst. Neben Tretbooten, Kanus und Ruderbooten war die Fortbewegung auf dem Wasser auch mal mit Wasserlaufbällen möglich. Einige Institutionen nutzten die Gelegenheit, um mit Ständen auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Zusätzlich wurde mit einem reichhaltigen kulinarischen Angebot aufgewartet und auch überall entlang der Lahn trugen verschiedene Formationen zur musikalischen Unterhaltung bei. Vielen Dank! Gründer Vielen Dank.